servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal am dienstag ging ja bereits ein video online wo ich über ein interview mit lead game director iron hessy coasters gesprochen habe also ich habe die möglichkeit daran teilzunehmen zwar ein community interview wodurch oder wo die content creator eu fragen stellen konnten er hat die für 30 minuten beantwortet und in diesem video möchte ich noch mal auf einen aspekt eingehen als kleines wie soll ich sagen für den das ganze video nicht gesehen hat für mich den interessantesten aspekte rausgepickt weil das war wirklich was das haben sie glaube ich auch so noch gar nicht öffentlich kommuniziert und das ist was was ich sehr sehr geil finde persönlich also ihr könnt euch das video ansonsten gerne noch mal anschauen ich habe jetzt auch keinen quell link oder sonst was weil das interview fand halt im geschlossenen rahmen statt und wir durften keinerlei videos aufnahmen sound aufnahmen oder sonstigen krams machen deswegen müsste ich jetzt einfach mal drauf verlassen aber ich denke mal da werden auch viele andere content creator videos drüber machen von daher ja worum es geht ist in diesem video das thema handwerksaufträge ihr könnt euch das gesamte video auch noch mal auf meiner seite anschauen ich versuche es jetzt hier oben zu verlinken gleichzeitig sollte es auch auf meiner kanal seite mittlerweile ganz oben angepinnt sein tatsächlich kam da eine frage auf wie sie zu dem thema handwerksaufträge stehen dass oder die frage wurde glaube ich von einem creator gestellt der auch so wie ich auf einem relativ kleinen server spielt denn der tenor ging in die richtung wenn du auf einem kleinen server spielst hast du halt 0,0 handwerksaufträge weder öffentlich noch persönlich noch sonst was ob sie da was dran ändern wollen oder ob es nicht möglich wäre das server weit zu machen so dass man die möglichkeit hat auch von anderen servern die arbeitsaufträge zu bearbeiten grundsätzlich fand ich die oder diesen vorschlag auch schon mal ziemlich nice wenn ich ehrlich bin denn das ist was was ich halt in der tat sehr sehr frustrierend finde ich habe es ja schon mal gesagt dass auf twinks ohne arbeitsaufträge ist es halt ziemlich unmöglich deinen beruf zu maxen also klar du kannst das weiter aus skillen aber du wirst sehr sehr beschwerlich rang 100 erreichen und es wurde dann auch richtigerweise von euch vorgeschlagen danke nochmal dafür daran hatte ich gar nicht gedacht mir einfach ein twink zu erstellen diese fünf gratis essenzen abzustauben und das zu nutzen um den beruf zu skillen das ist auch theoretisch möglich aber da ich jede klasse immer mindestens einmal spiele bin ich mir noch nicht so sicher ob ich das zum jetzigen zeitpunkt schon machen möchte später im patch auf jeden fall aber gerade will ich glaube ich nicht einfach meine essenzen auf irgendeinem twink fürs craften verblasen wo ich es machen kann ist jetzt mittlerweile auf meinem druiden wenn ich da jetzt aber diese abgefüllten essenzen droppen halt auch sehr sehr selten als dass ich mir es da leisten könnte nur zum skillen diese dinge raus zu jagen dementsprechend ist das durchaus ein problem die antworten darauf waren sehr interessant oder die antwort darauf also zum einen hat herr hasikostas gesagt dass das ein thema ist woran sie bei blizzard angeblich dauerhaft diskutieren also es ist auf dem schirm sie arbeiten dran sie wollen das für die zukunft verbessern und das was ich richtig richtig cool fand war er hat gesagt ist auch auf diese sache mit serverübergreifend eingegangen da hat er aber gemeint das wäre auch teilweise schwierig weil da könnte man sich dann kein besonderes standing als handwerker erarbeiten und so weiter und so fort ob das jetzt von der community so stark gefordert ist sei mal dahingestellt ich glaube eher nicht weil es betrifft ja wenn nur sehr sehr wenige personen die daten ganzen markt abdecken können aber was er gemeint hat was sie wohl auch noch nie anderweitig verraten hatten war das thema dass es npc handwerksaufträge in zukunft geben könnte er hat es dann auch ein bisschen ausgeführt bitte bedenkt das ist eine idee stand jetzt wohl von blizzard es ist noch nicht gesagt wann das kommt ob das wirklich kommt in welchem ausmaß das kommt es ist eine idee sie arbeiten dran aber es muss nicht heißen dass das jetzt mit 10.1 sofort ins spiel kommt aber das grundprinzip fand ich nichtsdestotrotz sehr interessant das würde dann so ablaufen dass ihr also fiktive npcs stellen handwerksaufträge rein die wohl so hört es sich an für euch zu erledigen sind ich weiß dann halt nicht ob es persönliche oder öffentliche aufträge sind aber da er meinte dass es für jeden die chance geben soll die sachen dann abzuschließen hörte es sich für mich eher nach persönlichen aufträgen an die npcs würden dann halt wünschen ja du stell mir mal item xy her und es soll halt hauptsächlich dem zweck dienen dass ihr diese weekly quests abschließen könnt die ihr hier beim handwerker konsortium bekommt und dass ihr berufe nachskillen könnt natürlich wird kein npc das hat er auch gesagt da einen auftrag rein stellen wo er sagt ey du craft mir mal bitte den alchemisten stein ich pack dir die mats rein und kriegst noch 40.000 gold oben drauf also das hat er gemeint lukrativ sind die dinger nicht ihr werdet wohl eine kleine belohnung wenn sowas kommt dafür bekommen das ja aber halt nicht dass ihr euch daran die taschen voll machen können da der dann auch gesagt also wenn dann sind handwerksaufträge von anderen spielern die da eine ordentliche provision bei packen deutlichst lukrativer aber wie gesagt es soll nicht darum gehen dass ihr euch damit die taschen voll schlagt sondern sie sollen eine lücke füllen dass auf servern mit wenig handwerksaufträgen dass ihr trotzdem welche habt für die weekly quest ohne dass ihr euch mit twings aufträge schicken müsst und dass ihr trotzdem mit teils seltenen mats eure berufe hochskillen könnt und ihr da nicht im lernen steht also das finde ich echt eine sehr sehr coole idee und nicht nur dass es spielern ermöglicht wird einfacher so ein bisschen dieses crafting nachzuholen sondern tatsächlich auch diese interaktion zwischen dem bestehenden system was ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde und auch npcs ich finde es ist eine kleine sache aber so fühlt sich das ganze doch noch ein bisschen lebhafter an wenn ich ehrlich bin gefällt mir echt sehr gut ich bin gespannt wann und ob sie das implementieren würde mich auf jeden fall freuen und ich glaube das ist eine lösung mit der denke ich alle halbwegs zufrieden sein können wäre jetzt meine spontane meinung ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben was ihr davon haltet von dieser idee von diesem konzept und damit dank fürs zusehen lasst sehr gerne ein like und ein abo da wenn euch das video gefallen hat und ihr keine solche news in zukunft verpassen wollt habt eine gute zeit und reingehauen или die hier im vom im in im 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 Bis zum nächsten Mal.